Du kanntest ihn, hab ich recht. Aber dann hattest du dieses kleine Gefühl. Aber du hast es schnell abgetan. Und du hättest darauf hören sollen. So wie ich dir jetzt gerade zuhöre, rede ruhig mit mir. Ich bin der einzige Freund, den du hast. Sie sind nicht gerade der Liebling des Dezernats. Hat sich vermutlich einiges geändert, seit sie weg sind. Fassen müssen wir ihn noch, oder? Ja. Dann hat sich nicht viel geändert. Ich kann Ihnen versichern, wir ermitteln rund um die Uhr und mit allen verfügbaren Kräften in diesen Fällen. Er ist ein Hai, wenn er nicht weitermacht, stirbt. Er fährt kein Auto, hat einen schicken Wagen, vielleicht zwei. Hohe Laufleistung. Mein Auto muss Ihnen ja echt gefallen. Tut's auch. Wie groß ist der Kofferraum? Eins muss ich noch wissen. Wieso wird der Mann mit der besten Aufklärungsquote im Dezernat in 15 Jahren nie befördert? Vielleicht war ich nicht in der richtigen Kirche. Wenn ich dir in die Augen sehe, was ich da sehe, ist nicht gut. Er wusste alle Details, aber war zur Tat seit meilenweit weg. Wieso ist das so? Wieso ist das so? Wie groß ist der Kofferraum? Was wollen Sie? Ich will das Schwein drankriegen. Für wen? Für all die Frauen, die er getötet hat. Ich will das Schwein auch drankriegen. Der Unterschied ist da. Ich mach das für mich. Es sind die kleinen Dinge, Jimmy. Es sind die kleinen Dinge, die einen zerreißen. Die kleinen Dinge. Die einen verraten. Und darfst Besucher werden. Und darfst Besucher werden. Untertitelung des ZDF, 2020